Guten Morgen! Oje, schon wieder der Bohrer. Hier sind so Bauarbeiter. Ja, das Hotel wird saniert. Ist auch nicht so schlimm. Ich freue mich gleich. Ich werde gleich in ein Studio fahren und mit Maybelline Jade einen Videodreh machen. Das heißt, ich werde mich schminken und stylen und das Ganze wird dann aufgenommen. Falls das Endergebnis schon online sein sollte, dann werde ich euch das natürlich in die Infobox verlinken und ich freue mich schon sehr. Ja, ich bin sehr gespannt, was auf mich heute zukommen wird. Ich habe jetzt lediglich die Haare gewaschen. Oh, schon wieder. Egal. Ich habe die Haare gewaschen. Ich werde mir gleich ein paar Locken mit dem Lockenstab machen und habe mich ein bisschen dezent geschminkt, dass einfach die Rötungen ein bisschen abgedeckt sind. Und den Rest, den werde ich natürlich dann dort machen. Ja, und dann werde ich mich jetzt mal weiter fertig machen. Jetzt mache ich mir ein paar schöne Löckchen, aber so ein paar natürliche Wellen. Ich wollte es nicht zu übertreiben. So. Ich finde, es sieht eigentlich ganz gut aus. Oder? So, jetzt muss ich erst mal kurz abkühlen. Und dabei packe ich die ganzen Sachen ein und dann fahren wir kurz was frühstücken und dann ins Studio. Gleich. So, jetzt stehen wir hier an der Ampel. Ja, wir sind jetzt unterwegs zum Studio, haben kurz noch was beim Bäcker geholt, um unterwegs ein bisschen noch zu frühstücken. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Wir sind jetzt da und jetzt werden wir zum Studio gehen. Ich bin schon ganz gespannt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Pastell ist nicht gleich Pastell, es gibt sehr große Unterschiede und wenn ich einen Dezember trage, dann benutze ich am nächsten aus der Colors Sensational Teile die Farbe La Chisse Queen. Das sieht super aus und schon fühlt es sich auch sehr geschweig an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, wie du? Ja, genau. 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 Jetzt bin ich ready to go. Es ist Zeit zu rausgehen. Und was ich noch Interessantes ausgefunden habe, dass wohl die MagTab zum Schritt ist. Denn die Wälder sind jetzt super schön weit und jetzt muss ich den ganzen Abend. Der erste Videodreh ist fertig. Das ist so ein Video über den neuen Frühlingslook mit schönen neuen Farben. Die Nägel lackiert, passend zum Lippenstift. Also ihr könnt euch auf ein schönes Video freuen. Und jetzt ist erstmal Pause. Jetzt essen wir gleich eine Kleinigkeit und dann geht's schon weiter mit dem nächsten Videodreh. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich euch ein paar Szenen eingeblendet. Und ja, es macht sehr viel Spaß. So, jetzt sind wir fertig mit dem zweiten Weg. Wie bitte noch mal die Location. Das ist wie bei mir zu Hause. Ich habe den gleichen Schminktisch. Ne, ich schaue den Schminktisch an. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das wollt ihr alle sehen. Das Video oder das Endegebnis werdet ihr dann im Laufe der Woche sehen. Ich werde es euch auf jeden Fall posten. Und ich hoffe, euch hat das Follow-me-around gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Tschüss! Okay.